Ja, wir machen weiter mit Schluchten 5, haben hier Stahlkabel und Eisen zur Auswahl, die, ich schau nochmal nach, ja das ist auch so, und erwarten tun uns Bus, Panzer, Sturm und nochmal Bus. Also nichts Neues, soweit nehmen Stahl hier, ja, Stahl als Fahrbahn geht das, genau, und stützen das Ganze mit Eiseneimer hier und einmal da, da hin. Da, das ist die Frage, was wir jetzt da machen. Oh, dann machen wir eine richtig geile Brücke hier. Und jetzt kommt unser Problem, was wir immer haben. Ach, ich hätte das vielleicht auf zweimal machen sollen. Jetzt passt er mal auf. Jetzt machen wir das Ganze mal. So und so. Geil, oder? Machen wir mal kurz einen Test. Oh, da brechen schon die ersten, die ersten Trümmer. Mh, schaut ganz gut aus. Nicht nur, dass sie gut ausschaut hier bloß, sondern sie hält diesmal auch. Pfff, 80 km, da ist noch gar nichts. Und jetzt nochmal die letzten fünf Busse, 50 Tonnen. Wow, 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 wow. Schön, wunderbar, die Brücke hat gehalten. Und schaut noch saugeil aus. Untertitelung. BR 2018